Der heutige Bibelhappen geht um Johannes 3 und da geht es um Nikodemus in den Versen 9 bis 15, kurz vor der kurzen, knackenden Definition des Evangeliums. Was ich da mal so krass und so wichtig finde, ist einfach diese Unwissenheit von Nikodemus. Und ich finde, das ist etwas, was wir neu verstehen dürfen, weil gerade in Deutschland leben wir in einer akademischen Welt. Wir leben in einer Welt, wo viel darüber gesprochen wird, der hat die Bildung, der hat das gelernt, der hat das gelernt und so weiter. Und das ist erschreckend, wie viele Leute aufgrund eines Papiers, aufgrund eines Scheins, Leuten Glauben schenken. Aber ich möchte da auch nochmal kurz vor unseres Herrn Jesus Christus vorlesen. Eben aus Johannes 3, Vers 10, Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist Israels Lehrer und weißt das nicht? Und ich finde es wichtig, dass geistliche Sachen nicht von männlichen Titeln abhängen. Dass geistliche Sachen nicht davon abhängen, was jemand menschlich gelernt hat. Nicht umsonst ist es so, dass Jesus insbesondere die Schriftgelehrten und Pharisäer angegriffen hat, weil die hatten auf dem Papier das Wissen, aber im Herzen hatten sie die Erkenntnis nicht. Und das ist etwas, was wir neu verstehen müssen, was du neu verstehen musst. Hör auf, auf menschliche Titel zu gucken und schau auf geistliche Titel. Schau auf geistliche Früchte. Wir wissen von Jesus in der Art und Weise, wie er gewirkt hat, dass Gott mit ihm war. Das lesen wir eben auch genau in Johannes 3 in den ersten Versen. Wenn aber jemand auf eine gewisse Art und Weise handelt, ist es wie in den Sprüchen geschrieben steht. So wie der Mensch ist, so ist auch sein Herz. Und ich finde es wichtig für uns, dass wir an einen Punkt kommen zu sagen, ey, lass uns Abstand nehmen von menschlichen Titeln. Du bist Pastor, das, was du sagst, ist nicht in der Bibel, hat keine Relevanz. Du bist Bettler, das, was du sagst, steht in der Bibel, hat keine Relevanz. Genauso auch andersrum, du bist Pastor und das, was du sagst, steht in der Bibel, hat Relevanz. Du bist Bettler, das, was du sagst, steht in der Bibel, hat Relevanz. Wir müssen lernen, nicht der menschliche Blickwinkel ist der Maßstab, sondern die Schrift ist der Maßstab, unser Herr Jesus Christus ist der Maßstab, das Wort Gottes ist der Maßstab. Und so wünsche ich dir Gottes Segen und ganz viel Kraft.